Guten Morgen oder guten Tag. Ich gebe zu, nicht oft wird man so begrüßt, wenn man zu einer Rede gebeten wird. Heute ist für euch, liebe Mädchen und Jungen, ein Tag zwischen gestern und morgen. Ein Tag zwischen du und sie, zwischen Vorfreude und Anspruch. Es gibt nicht viele solche Tage. Eine Hochzeit vielleicht, später oder die Geburt eigener Kinder. Heute strahlt das Rampenlicht, in das der eine vorhin eher verlegen, die andere stolz geblinzelt hat, nur für euch. Und natürlich seid ihr heute alle Oscar- oder Grand Prix-verdächtig und preisgekrönt, noch bevor das Jugendweihe-Video fertig ist. Und solltet ihr es später tatsächlich nochmal ansehen, da wette ich mit euch, da werden Sprüche fallen wie Echt krass. Und weißt du noch, die Schuhe. Gott. Das gehört alles dazu. Wie auch die ungewohnte Festkleidung. Manche haben sich ihr neues Outfit hart erstritten. Andere werden ihr Gala-Design schon morgen ganz weit hinten unten im Schrank wieder verstecken. Und sie werden ihre geliebten Jeans anziehen und darin vielleicht nach dem erhöhten Taschengeld kramen. Weil wir gerade beim Geld sind. Sicher habt ihr auch schon hochgerechnet, was da heute so zusammenkommen könnte. Und verplant dürfte der neue Reichtum auch schon sein. Als ich vor Jahren auf meiner Jugendweihe-Bühne stand, da habe ich von einem Transistor-Radio mit Kassettenrekorder geträumt. Weiß jemand von euch noch, was das ist? Findet man das noch in den Regalen zwischen MP3-Playern und DVD-Spielern? Wahrscheinlich als Ladenhüter ganz, ganz weit hinten. Aber etwas gab es immer. Nämlich Wünsche. Sie gehören zum Leben wie das Buch und die Träne oder der Händedruck eurer Eltern und Verwandten am heutigen Tag. Auch eure Eltern übrigens durchleben heute einen Tag dazwischen. Zwischen Stolz und Bange. Ihr Blick nach vorn. Sie schauen auch zurück auf manche glückliche, aber auch manche besorgte Stunde. Und ich bin sicher, ihr findet am heutigen Tag eine Sekunde, um euren Alten für all das zu danken. Ich weiß, manche liegen heute auch wieder kritische Worte auf der Zunge. Aber ein kleiner Tipp. Behaltet sie heute für euch. Beim nächsten Streit fällt euch das alles wieder ein. Und Sie, liebe Eltern, auch der nächste Lebensabschnitt Ihres Kindes wird Ihnen viel abfallen. Neue Fragen werden auftauchen und Sie werden raten wollen, obwohl Ihr Rat nicht immer gefragt ist. Sie werden Rat suchen, obwohl Sie keinen wissen. Und Sie werden Rat geben und hoffen, dass er fruchtet. Und vielleicht werden Sie hören, dass Sie von manchem im Leben nun wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Das alles ist nicht sehr angenehm, aber auch das war schon immer so. Doch eines, liebe Eltern und Verwandte, können tatsächlich nur Sie. Nur Sie verstehen die lautlosen Hilferufe, das unsichtbare Sich-Anlehnen Ihrer Kinder. Und vorerst können auch nur Sie Ihren Kindern über diesen Tag hinaus die Gewissheit geben, wir sind immer für dich da. Nun zu euch, liebe Mädchen und Jungen. Warum machen wir uns eigentlich all die Mühe heute? Weil wir mit der Jugendweihe Abschied nehmen von der Kindheit. Und das ist bei fast allen Völkern ein feierlicher Akt. Mir wurde nun heute die Aufgabe zugewiesen, für diese Feierlichkeit zu sorgen und die, der Moderator hat es schon gesagt, dazugehörende Festrede zu halten. Ich habe nachgedacht, was macht man da? Mir sind fünf Ratschläge eingefallen, wohl wissend, dass es mir so gehen kann, wie ich es euren Eltern gerade prophezeit habe, dass ihr meint, die da vorne hat sowieso keine Ahnung und den Rat nehme ich nicht an. Mein erster Rat, glaubt an euch. Glaubt daran, dass ihr einmalig seid. Aber glaubt nie, dass ihr die Größten wäret und alle anderen überflüssig. Es hat eine Zeit in Deutschland gegeben, da sich Deutschland und Deutsche über alle erheben wollten. Alles fing scheinbar klein an. Erst wurden Bücher verbrannt und dann Menschen. Danach schworen die Überlebenden nie wieder und sie mahnten, wehret den Anfängen. Und sie haben Recht. Und deshalb möchte ich diesen Rat auch unterstreichen. Im April diesen Jahres wurden von der Polizei in der gesamten Bundesrepublik täglich 35 rechtsextrem motivierte Straftatungen registriert. Das waren Schmierereien. Das war aber auch Gewalt. Gewalt gegen Menschen, die anders aussehen, die anders leben, die anders lieben. Und deshalb, mein Rat, erhebt euch nicht über andere, sondern steht diesen Menschen im Alltag bei. Mein zweiter Rat stammt von Indianern aus Südamerika. Wenn Wichtiges zu entscheiden ist, dann prüfen sie vorher, was diese Entscheidung für die siebte Generation nach ihnen bedeutet. Als sie diese Regel eingeführt haben, war Globalisierung für sie ein Fremdwort. Und weltweite Finanz- und Wirtschaftskrisen waren auch unbekannt. Trotzdem, ihre Weltsicht und Weitsicht ist sehr viel klüger als manches, was sich heute großdüngt und zugleich vergisst, was menschlich ist. Und damit bin ich bei meinem dritten Rat. Er stammt von Voltaire. Ich bin nicht deiner Meinung, sagte er, aber ich werde dafür sorgen, dass du sie vertreten kannst. Und diese Art des Umgangs wünsche ich euch und mir. Im Alltag, in der Schule, in der Clique, in der Familie, überall. Das heißt, Courage ist auch angesagt und ein gutes Bürgerrecht. Und ich möchte, dass ihr euch einmischt. Überall dort, wo Unrecht geschieht. Woher auch immer es kommt. Und damit bin ich bei meinem vierten Rat. Ein Klassiker. Er stammt von Karl Marx. An allem ist zu zweifeln. Das heißt, lasst euch nicht erzählen, das war schon immer so. Und lasst euch auch nicht einreden, etwas wäre alternativlos. Gewiss, und das sage ich selbstkritisch, Politikerinnen und Politiker versuchen das, manchmal die Medien. Ihr müsst aus meiner Sicht klüger werden und kritischer sein. Und damit bin ich bei meinem letzten Rat. Er ist biblisch. Einer trage des anderen Last. Das heißt, helft, wenn ihr helfen könnt, in der Familie, in der Gesellschaft und in der Welt. Übrigens mit diesem Motto, einer trage des anderen Last, reise ich auch oft durch die Bundesrepublik. Und in manchen westlichen Bundesländern werde ich dann gefragt, Sie, Frau Pau, mit einem Bibelwort als Leitspruch? Ich sage dann ganz deutlich ja. Weil einer trage des anderen Last. Was beschreibt eigentlich besser, wie unsere Gesellschaft funktionieren soll und wie wir miteinander zusammenleben? Und außerdem habe ich aus der Zeit, als ich in eurem Alter war, eine Erinnerung an einen Film. Einen DEFA-Film unter diesem Titel. Einer trage des anderen Last. Die Geschichte wäre heute zu lang. Aber vielleicht kann die eine Oma oder der eine Opa oder sogar eure Eltern euch etwas über diesen Film erzählen. Nun ist es aber genug mit den Ratschlägen. Ich hoffe, ihr speichert das eine oder andere im Hinterkopf. Vielleicht kann man ja eine solche Denk- und Merkdatei doch nochmal irgendwann im Leben gebrauchen. Welcher von den vielen Ratschlägen, die ihr heute hört, wirklich gut ist und richtig ist, das müsst ihr ohnehin allein herausfinden. Und ihr werdet eure Antworten suchen und ihr werdet euch eure eigenen Beulen holen, so wie wir sie uns auf dem Weg ins Leben geholt haben. Das ist übrigens mein einziges Versprechen, das ich heute hier abgebe. Und ich wette, ihr werdet es einlösen, so wie gestern noch mehr morgen. Heute jedenfalls ist der Tag dazwischen. Euer Tag, das heißt, pardon, ihr Tag. Und so wünsche ich dann einfach alles, alles Gute auf den Weg. Dankeschön. Applaus 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 Applaus